Rumpf ist Rumpf. Unter dem Motto zeigen wir euch heute das Homework von Tim Stegemann. Gestern haben wir euch was für kleine Kinder gezeigt. Heute wird mal versuchen, so ein bisschen für Jugendliche und Erwachsenen was zu machen und später wird es so was zu den Senioren geben. Wie gesagt, Rumpf ist Rumpf. Tim spricht mit seinem Workout Jugendliche, Sportler, Erwachsene, ebenfalls auch Senioren. Doch da sollte man vielleicht ein bisschen in Abgeschlechterform arbeiten. Ja, wichtig sind für uns Leistungen oder für alle Sportler eigentlich ist die intramuskuläre Kondition für den Rumpf. Und deswegen schauen wir rein aus dem zu machen und viel Spaß dabei. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.